Willkommen in diesem neuen Video, Simon Mattis hier und ich will dir heute mal zeigen, wie du komplett ohne Sport abnehmen kannst. Und ja, das ist machbar. Für viele Leute hat Sport immer noch einen viel zu hohen Stellenwert, wenn es darum geht in Form zu kommen. Du kannst komplett ohne eine Minute Sport in Form kommen. Ich persönlich finde Sport allerdings eine tolle Sache, das heißt, wenn du prinzipiell Sport magst, würde ich ihn definitiv weitermachen, weil er das Ganze einfach unterstützt. Allerdings, wenn du jemand bist, der sagt, boah, ich kann Sport einfach nicht abhaben, egal ob es Sportstudio ist, ob das Hometraining ist oder auch ob das eine Runde Laufen ist, dann will ich dir in diesem Video zeigen, wie du das ohnehin bekommst. Denn nur weil man nicht gerne Sport macht, muss das nicht bedeuten, dass man weiterhin dick bleibt. Und als kleiner Beweis würde ich dir jetzt gerne mal raten, auf meiner Instagram-Seite vorbeizugehen oder eben unserer Coaching-Seite. Da haben wir alleine dieses Jahr über 100 erfolgreiche Kundentransformationen gepostet. Und du wirst da immer wieder rauslesen oder raushören. Es war gar nicht so schwer. Ich habe mir das härter vorgestellt. Ich konnte weiter leckere Dinge essen. Und zu diesem Video passen eben auch, ich muss dafür gar nicht viel Sport machen. Oder von gewissen Leuten auch, ich habe gar keinen Sport gemacht. Ich versuche immer den Menschen Sport ein bisschen schmackhaft zu machen, aber es gibt einfach Leute, die sagen, hey, ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Lust drauf. Und das ist vollkommen okay. Hey, dann machen wir es halt ohne Sport. Denn du kannst mit diesen drei Tipps, die ich dir jetzt gleich mitgebe, eben komplett ohne Sport auch in Form kommen. Dabei wäre der erste Tipp schon mal Alltagsbewegung. Das heißt, wenn du schon keinen Sport machst, dann schau, dass du dich in deinem Alltag ein bisschen bewegst. Das hört sich jetzt so wie so ein Hausmütterchen-Tipp an. Ja, nimm mal die Treppe statt dem Lift. Oder geh mal mit dem Fahrrad statt mit dem Bus oder mit dem Auto. Schau, dass du während der Arbeit, wenn du irgendwie ein Telefonat hast, dass du nicht immer am PC sitzt, sondern dass du mal aufstehst, dir Kopfhörer reinmachst und ein bisschen rumläufst. Dass du ein bisschen Bewegung sammelst. Also wenn du draußen schönes Wetter hast und sagst, hey, ich gehe vielleicht mal eine Runde spazieren. Das ist ja kein anstrengender Sport. Leg dir einen Hund zu. Beweg dich ein bisschen mit dem. Weil du hast durch diese kleinen Bewegungen im Alltag, hast du oftmals einen deutlich höheren Kalorienverbrauch als beim Sport. Und wenn du dich zurückerinnern kannst, wenn du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, der entscheidende Faktor, um abzunehmen, ist ja, dass du weniger Kalorien zuführst, als der Körper verbraucht. Kann man auf zwei Wege lösen. Entweder man führt weniger zu oder man verbrennt mehr. Indem man zum Beispiel Sport macht oder sich einfach im Alltag ein bisschen mehr bewegt. Das heißt, die erste Komponente wäre, dass wir schauen, dass wir unseren Verbrauch etwas hoch bringen. Das heißt, dass wir unseren Körper dazu bringen, mehr Energie zu verbrauchen. Und wie machen wir das? Indem wir uns ein bisschen bewegen. Egal, ob das eben Sport ist oder jetzt wie in diesem Video, dass man halt schaut, dass man nicht nur rumsitzt, dass man mal ein paar Treppen nimmt, dass man mal mit dem Rad geht oder eine Runde raus spazieren geht. So, zweiter Punkt wäre, dass du mehr Eiweiß isst. Das hat mehrere Gründe, aber der größte ist eigentlich der Thermic Effect of Food. Und zwar das, was du isst, löst im Körper Thermogenese aus. Das heißt, Hitzeproduktion. Und da geht einiges an Kalorien flöten. Zum Beispiel beim Eiweiß, wenn du 100 Kalorien durch Eiweiß zu dir nimmst, bleiben dem Körper so 75 über, mit denen er was anfangen kann. Wenn du 100 Kalorien durch Fett oder Kohlenhydrate zufügst, bleiben dem Körper 95. Das heißt, du hast auf 100 Kalorien gesehen schon mal 20 Kalorien Unterschied. Und wenn wir dann das Ganze so nehmen, dass das halt nicht nur 100 Kalorien durch Eiweiß sind, sondern 400 Kalorien, dann hast du da gleich mal 80 Kalorien Unterschied. Und das mag sich jetzt nicht viel anhören, aber das summiert sich so ein bisschen auf. Weil, da wir wissen, 7000 Kalorien sind 1 Kilogramm Körperfett. Das heißt, um 1 Kilo Körperfett loszuwerden, sollte so 7000 Kalorien im Defizit sein über einen gewissen Zeitraum. Und dann haben wir es jetzt so, dass das 80 Kalorien, wir runden jetzt einfach mal auf, 100 Kalorien am Tag sind, dann sind das 700 Kalorien in der Woche, ist 0,1 Kilogramm Körperfett pro Woche. Alleine durch die Umstellung zum Beispiel auf mehr Eiweiß. Und 0,1 Kilogramm Körperfett in der Woche sind dann gleich mal 5,2 Kilogramm Körperfett im Jahr. Und sind diese Kilo, die dich doch entweder in die oder in die Richtung bringen. Das heißt, du hast über die Auswahl von dem, was du isst, natürlich einen großen Hebel. Und das wäre auch mein dritter Punkt, der noch viel, 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 viel wichtiger ist als die zwei davor. Und zwar die Ernährung im Allgemeinen. Wahrscheinlich hast du auch schon mal eine Diät versucht. Weil, wenn man abnehmen will, dann googelt man halt mal. Und dann findet man Sachen wie, ja Kohlenhydrate sollte man nicht essen. Abends sollte man nicht mehr essen. Ich esse einfach weniger. Ich mache die FDH-Diät. Ich mache eine HCG-Kur, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Da gibt es ja sehr, sehr viele Dinge. Jetzt ist es so, dass diese ganzen Dinge sich um ein Ziel drehen und das ist ein Kaloriendefizit zu provozieren. Und da sind nicht die Kohlenhydrate die, die irgendwie böse sind. Du kannst sehr wohl Kohlenhydrate essen. Du solltest sie meiner Meinung nach sogar essen, weil sie fürs Gehirn wichtig sind, weil sie für die körperliche Leistung wichtig sind, weil sie für die Nerven wichtig sind, für die Ballaststoffe, damit die Verdauung ordentlich funktioniert. Auch Fette sind nichts Böses, weil die für den Hormonhaushalt zuständig sind, speziell Hormontestosteron, was der Grund zum Beispiel ist, wieso Männer mehr Muskeln aufbauen können als Frauen und wieso sie eher Fett verbrennen als wie eine Frau, weil einfach dieser Spiegel höher ist. Und ja, diese ganzen Diäten sind halt eigentlich Quatsch. Und wenn du es schon mal erlebt hast, dass du so eine Diät zwar probiert hast, die am Anfang funktioniert hat, du aber dann in alte Muster zurück zu gefallen bist, dann ist das ganz logisch und das ist nicht deine Schuld. Weil niemand kann sowas durchziehen. Ich meine, wenn du dauerarbeitslos bist, dann kannst du es machen. Allerdings, wenn du einen stressigen Job hast und auch wenn du jetzt zum Beispiel keinen Sport machst, dann muss die Ernährung sich halt dir anpassen. Das heißt, du musst Lebensmittel haben, die dir schmecken, die aber trotzdem gut sind zum Abnehmen. Lebensmittel, die dir Energie geben. Und dir persönlich, das ist bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, für mich der entscheidendste Faktor, wenn es wirklich ums Abnehmen geht, den Bauch loswerden, wieder fitter werden, ist diese Ernährungskomponente. Was tut mir persönlich gut? Was passt zu meinem Körpertyp? In welcher Menge sollte ich das persönlich zuführen? Und da kann ich dir jetzt eben keine Lösung mitgeben, weil das für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlicher aussieht. Allerdings, wenn du dich dafür interessierst, wie so ein Ernährungskonzept für dich persönlich aussieht, und ich sage bewusst Konzept und nicht Plan. Ein Ernährungsplan ist Schwachsinn. Ein Ernährungskonzept ermöglicht es dir, dass du flexibel bist im Alltag, dass du zum Beispiel sowas wie Geburtstage mitnehmen kannst, wenn man mal feiern geht, wenn man vielleicht mal was trinken muss, dass das alles klappt. Weil das ist dein normales Leben. Wenn du mal einen stressigen Job hast, wenn du eine stressige Woche hast, dass man da auch mal irgendwelches Essen hat, wo einfach schnell gemacht ist. Dass man sich da nicht ewig in die Küche stellen muss, dass man alles brutzeln und zusammenschnippeln muss, sondern dass das einfach funktioniert. Wenn dich das persönlich interessiert, dann lade ich dich jetzt sehr herzlich ein, den Link unterhalb von diesem Video zu klicken und dich mal von mir persönlich oder von einem Experten aus meinem Team kostenlos beraten zu lassen. Denn da können wir genau schauen, was deine Probleme sind, was deine Hindernisse sind, was dir gerne gut schmeckt und können Schritt-für-Schritt-Plan aufstellen. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat dir ein bisschen weitergeholfen. Du weißt jetzt für dich persönlich auch, wie man das ohne Sport hinbekommen kann, dass Sport gar nicht so mega wichtig ist. Und wenn es dir gefallen hat, gib dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, zeig es einem Freund, der auch denkt, er muss super viel Sport machen und eigentlich seine Zeit da verschwendet. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Simon Matthies. Ciao. !